Hallo! Hallo! Leute! Freie Fahrt! Guten Tag! Wir haben uns ja schon mal gesehen, ne? Was für ein Ding? Waffe... Ah! Haben wir geredet? Nein! Ich dachte schon... Ja, dieses Jahr sind wir wieder in Waffenrot. Wir spielen dieses Jahr wieder. Ach, kommt ihr? Ja, Rock'n'Roll! Wow, ja, guten Tag, wir sind Grombierer aus Würzburg. Schönen guten Tag, Namen, moin! Wow, und wir haben ein paar nette Sachen für euch mitgebracht. Es ist toll, dass wir eingeladen worden sind und dass ihr so... Ja, dass ihr noch so fit seid. Schau geil! Wohe Hause ist inê! Und auch we werden... Wir wollte nachdenken. Ich dotted Entschuldigung, man weiß nicht wieder. Ja, ich muss jetzt ein bisschen bal úr guitar solo ein bisschen mehr Keyboards auf dem Monitor bitte Keyboards 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, das waren die Mad Mola.